So, jetzt bin ich einmal um diese ganze Künstlerschutzabsperrung gelaufen und habe nicht den Punkt gefunden, wo Monsieur, der da gerade mal gesagt hat, dass ich durchgehen soll. Also muss ich mit ihm jetzt durch die Blume sprechen. Besser gesagt, durch das Gitter. Malheureusement, ich habe nicht die Öffnung, wo ich akzeptieren kann, aber so mache ich eine kleine Video, wie das, d'accord? Ja, natürlich. Oder wir können ja auch Deutsch sprechen, oder? Wir können ja auch Deutsch sprechen. Ja, genau, weil das, ich habe ja für meine deutschen Freunde, ich kann ja das alles im Text erklären, was ich Ihnen schon gesagt habe. Und so, ich wünsche jedenfalls, dass das in den nächsten Jahren, 20 Jahren, besser noch erhalten bleibt, als wir in den letzten 20 Jahren. Ja, eines der ganz großen Kunstwerke, meiner Meinung nach. Danke sehr. Ja, habe ich damals auch den anderen schon gesagt. Ja, ich habe auch leider keine Kontakte mehr zu denen. Die durften ja nun auch schon. Die waren damals ja etwas älter als ich und sind jetzt so zwischen 70 und 80. Das waren drei Leute aus Boulogne-Biancourt. Ja, ja, das war dann gerade die große Restructuration de Renault. Ja, das war viel. Wir hatten in einem Dieselmotorenwerk, hatten die eine komplizierte Drehmaschine ausgetauscht. Und dann haben wir Berlin besucht und in Berlin, da war die Mauer gerade auf. Naja, wissen wir. Und dadurch kam das. Haben Sie eine E-Mail-Adresse, dass ich mal damals das Foto von damals... Ja. Ja. Gabriel Hemler. Ja, das steht ja in der Zeitung. At. At. Arroba. Gmx. Comment? Gmx. Ja, gmx. Punkt. Punkt. D.E. Ha, toll, habe ich auch. Gmx habe ich auch. web.de. Gut, dann schicke ich das mal zu, ja? Ja. Au revoir, bonne chance. Danke sehr. Bis bald. Bis bald.